Herzlich willkommen zu einem neuen Coronavirus-Update hier auf meinem Kanal. Heute am 29.28.2020 werben wir aktuelle Zahlenheiten vom Lagos aus MV für MV und damit gehen wir auch schon direkt rein zu den Zahlen. Das Lagos meldet uns heute drei Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Infektionen im Mecklenburg-Vorpommern auf 1.007 seit Beginn der Corona-Krise. Und das RKI schätzt, dass ca. 41 Personen gesamt noch an Covid-19 in MV erkrankt sind. Derzeit, Schätzung vom RKI. Wo gab es die drei Fälle? Zwei Fälle gab es unter anderem im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Damit steigt da die Gesamtzahl auf 143 seit Beginn der Corona-Krise. Und einmal in Schwerin. Damit steigt da die Gesamtzahl auf 120 seit Beginn der Corona-Krise. Macht was draus, bleibt gesund, verhaltet euch normal. Bis zum nächsten Corona-Virus-Update. Folgt mir auf Instagram unter marcolorenz-youtube. Abonnieren, teilen, abonnieren, teilen. Schön mit Öl. Euer Marco Lorenz. Bis bald.